um hey yo zocker genossen jack hier von jack in the game weiter geht es mit 7 days to die ich bin gerade etwas leiser weil ihr seht da vorne der gute harald jäger am wunsch hat ja gesagt horden sollte meine Ruhe lassen und da vorne ist er ich bin noch zu gast jetzt mit der gute luna hey du bist so bescheuert man ich habe gerade gesagt die backen mit dem arm durch die tür locker bleiben nee sag mal du hörst nichts du hörst nichts wer sich wundern warum der letzte part 35 minuten ging das war mein fail ich habe nicht auf die uhr geguckt aber keine sorge jetzt sind wir jetzt am titelpart ach ja richtig die eier doch wasser wasser nee ist irgendwo da nee wir haben kein wasser mehr warte ich habe leere gläser ich habe auch leere gläser ich habe gesagt man hier ist zomi horde die haben uns entdeckt die anteck hat nee sens für mich bleib einfach drinnen bleib einfach drinnen ich länge sie ab dieses blumenbeet gehört mir du drecksvieh ach der ist kaputt nee aber er trampelt darauf rum so sind dauernd zum maul ist auch weg ja Ich muss schnell Wasser holen Äh, der See war... Die Richtung geht garantiert nicht Warum? Zombie war das auf dem Weg zum See Ich geh zum anderen See Wasser nach Holz? Hm... Nö, hat's schon aufgebaut Was, ich kann nicht Ich geh schnell Wasser, nur schnell holen So, 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 so Wasser, Wasser, Wasser Ich hab hier noch zwei Eier, ne? Öp Legg einfach in die Truhe Hab ich schon Na also Ich hab Dos Ich trinke was von dem guten Tee, den ich bei habe Du hast den ganzen Tee mit, ne? Ja Warum nimmst du alles mit Wenn du stirbst, was ist dann? Darüber ist wieder Keine Angst Ich kann nicht sterben, nicht so einfach Zumindest munkelt man darüber noch Zumindest munkelt man darüber noch Okay Okay So Und ich sehe schon die Sonne gedanken so runter, das ist schlecht Ich bin froh, dass du nicht da bist Wieso? Komm auch nicht zurück Was ist denn da? Ja, wieder Schritte Okay Auf den Straßen Hier sind es nur ein Kriecher Ich kann die gleich mal sagen. Wie viele? Nur einer. So, ach ja, der Tee, den tue ich mal. Da rein, die Eier nehme ich mit. Hier sind auch noch 10 Gläser. Ja, ich muss das Benzin was auseinandernehmen. Da ich kein Material mehr zum Verbrennen habe. Doch. Bücher. Ach stimmt, du warst. Bücher. Hier noch Hüte und Kleidung. Und Papier. Alles, Herr de Misch. Du hast einen Footballhelm. Ja. Okay. Ja, da liegt ein Buch bei mir. Neh mal. Was hast du schon gehabt? Ja. Sind die Eier schon fast fertig? Ich weiß noch, was da kommt, wo ich die Eier kochen kann. Wie viel Wasser kochtest du denn jetzt? Guck mal, Mann, verliert er die Eier. Dein Charakter hat auch niemals Eier. Hey. Guck mir mal an. Ja. Ne, er hat nicht. Sieht aus wie eine Frau. Ja. Ist nicht keine richtige Ausbeulung. Klappe zu, Frau. Warum? Weil... Weil Jack. Aber Holz, hast du noch Holz? Nein. Da mal leise. Ruhe. Ah, nicht raus. Wir gucken. Rennen die? Ja. Warum das denn? Es ist Nacht. Ja, nicht schlecht. Da kommen wir wieder nochmal welche. Sicher. Ja. Also doch. Hast du nichts? Von der Entfernung hier aus nichts. Sagen wir mal. Da kommen noch welche. Eier sind fertig. Na klar. Dann nimm mal die Eier in Ruhe. Willst du nichts essen? Ich kann noch einen Tag ohne Essen aushalten. Ja, weil mein Leben geht nicht mehr hoch. Bist du voll mit Leben? Ja. Aber die haben nicht viel gemacht, die Eier, ne? Nee. Da ist er. Auf einmal mit dem Geräusch, Mann. Ja, okay. Okay. Rütt. Rütt, 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 rütt. Nee, ich krieg mit dir zu viel. Ich weiß. Wird so lustig, ne? Jep. Äh, Menschenskinder. Ist gerade mal ein Uhr. Jo, in der Zeit, wo ein Uhr ist, kann ich mich ja ganz kurz in die Küche verpeseln. Kann ja sagen, ob da irgendetwas kommt. Naja. So, in der Zwischenzeit kann ich ja mal ein bisschen durchs Inventar gucken. Wir brauchen auf jeden Fall ne Feuerwehrachs. Haben wir. Und ne Schaufel müssen wir mal herstellen. Was müssen wir herstellen? Feuerwehrachs, Schaufel und noch ne Pickaxe. Okay. Und warum? Feuerwehrschaufel zum Herstellen von Holz. Okay. Frau, du hast im Hintergrund gerade ein paar Hintergrundgeräusche. Auf jeden Fall. Ja, ich bin gerade auch in der Küche. Ähm, ich bin mir gerade keine Eier am Braten. Du bist ja nicht hier, deshalb gibt keine Eier. Ähm, ja. Auch die Frau hat ein bisschen Hunger gekriegt, weil die ganze Zeit nur an den Charakter denken. Es gibt irgendwann Hunger. Ja. Ähm, Back to Topic. Ähm, also Feuerwehrachs zum Holzen von Holz. Abholzen von Holz. Ja. Äh, Schaufel zum Graben eines Loches im Dreck. Das heißt, ähm... Ich kann auch in dir... Ja. Ja, okay. Back to Topic. Ähm... Das heißt, dann kann ich irgendwo den Notausgang einbauen. Ich denke mal, auf jeden Fall irgendwo weiter hinten. Äh... Warte mal, da mal leise. Zombies, komm, einige. Ich weiß. Und ne Pickaxe. Ich weiß. Und ne Pickaxe, äh, zum... Ja, zum Abholz. Ich hab ne Pickaxe. Na, dann brauchen wir noch ne Abholz. Ja. Was? Nein, nein, das ist gut. Was war das jetzt mit dem Gekloppe? Das war auf jeden Fall nicht ich. Scheiße, Mann. Ich bin in der Küche. Ich hab Angst. Ah! Ah ja. Äh, was ich... Ähm... Was ich sehr gut empfehlen kann, ist das LG 930. Ist sehr kabellos und das reicht bis bei mir... Bis in die Küche. Ja, und je öfter du redest, ich glaub, dass du öfters hörst, von mir... Auf die... Auf die? Ja, ich guck mal, du warst auf den Raub holen. Ah! Wo denn? Hm, Vorraum. Seitendingens. Ich war das schon. Ja. Ich krieg Panik, war grad schon wieder zurückgelaufen. Mal wegen Angst und so. Ich will noch nicht sterben. Mein Fazit ist... ...eigentlich immer nur an Tag 7 zu sterben. Ja. Okay, so, das ist ruhig draußen. Ja, ich hör schon. Hm, hm, hm. Ja, ich hab so'n Plan, wie ich das bauen werde. Oh, ich freu mich schon auf Sommer. Ne, ich mich auch. Ja, da werden wir schön nachquellen. Ja. Ja. Da gibt's auch eine Sommerpause, Leute. Ach, nee. Nein, es gibt keine Sommerpause. Dafür werd ich sorgen. Rechner kommt mit. Verdammt. Warum, verdammt? Ich meine, klasse. Das will ich jetzt mal gerne wissen. Warte mal, jetzt kurz. Okay. Hä? Nichts? Warum, verdammt, Sommerpause. Nein, ich hab nicht verdammt gesagt. Ich hab gesagt, Gott sei Dank. Das ist ein ganz großer Unterschied zum, äh, verdammt und Gott sei Dank. Die Leute können ja drunter schreiben, ob das verdammt oder Gott sei Dank war. Ich werd's mir auch irgendwann hinterher nochmal angucken. Mein kleiner Süßer, willst du die Szene schneiden, wenn ich dich beschneiden? Verdammt. Du weißt, ich mach meine Versprechungen wahr. Glaubt mir, Leute, Zockerbräute sind gefährlich. Warum gefährlich? Bitte, erkläre mir, warum ich gefährlich bin. Äh, beschneiden. Abschneiden. Ja, auf jeden Fall. Wir werden mal gucken, dass wir dann... Plotz... Horde. Ach, nee. Was? Ja, das wird ja Horde. Gut gesagt. Warum? Ach, nur so. Ich komm nicht drauf, mehr. Shit, die kommt. Komm her. Ich hab' ne Waffe. Hab' ich dir reingelegt in die Küste. Perfekt. Gut, ich bin nur leicht besonnen, aber... ...und dann bin ich fit wie ein Turnschuh. Alle weg? Jupp. Oh, ich bin über dein Beet gelaufen. Oh. So. Boah, holz. Ich hab' ein ganz kleines Thema. Ja. Ich brauch' hier wieder so'ne Wurst, die Axt hin, oder hast du noch keine gemacht? Ich bin gerade dabei, eine zu machen. Warum? Geradeaus, zwei Zombies, drei Zombies, vier Zombies. Du hab' ne Axt. Wie brauchst du? Holz. Leg vier hinter dir. Weil ich werd' auch nebenbei Eier suchen. Alles klar. Äh, da stehen auch noch mal drei. Leute. So bin ich hier Horde so halb hier stehen geblieben. Da kommt einer auf uns zu. Ah, wir kommen lassen. Ach, da ist er. Ich bin gerade am Überlegen. Hm? Mal die Straße nach Süden zu überprüfen. Ja, wie viel willst du überprüfen? Wir müssen erst mal jetzt unser Haus bauen. Ach, stimmt aber auch noch was. Oh, ein paar Zombies. So. Wie wolltest du jetzt schon? Ein gleicher gucken. Ich habe jetzt 31. Okay, gib mir dein Pickaxe her. Die Pickaxe. Also die Spitzöcker. Gut, ich geh mit dir auf Eisensuche. Ja, behal' dich. Fünf Minuten ohne mich wirst du aushalten. Hä? Fünf Minuten ohne mich wirst du aushalten. Hm. Guck mal, wie viel es gibt. Nur ein Scrap Iron dafür? Das ist ja mies. Guck mal, was wir dir das anbauen. Dann ist unsere Zeit, denn die ist auch schon wieder um. Wir sehen uns im nächsten Part. Dann geht's weiter mit Sam's Day. Bis zum nächsten Mal. Bis später. Bis zum nächsten Mal.